So, ich bin schon mal ins Pokémon-Center gewandert. Äh, ich muss jetzt aber nochmal auf die Zinoba-Insel oder was das da, oder Seeschaum-Insel, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Weil, wir brauchen gute Items. Da, Zinoba-Insel. Weil hier gibt's ja nix. Hier gibt's ja nur normale Poké-Bälle und sowas, außer die... Ich glaub nicht, dass die das irgendwie verbessert. Ach, Quatsch. Verbessert haben. Ähm, kann ich dir Welfi sein. Und zwar möchte ich... Übertrank... ...noch ein paar. Ähm... Und ein paar Beleber. Ob das reicht? Keine Ahnung. Aber wir... ...düsen jetzt... Können wir da oben direkt hin? Nee. So. Vor den Topf hier werden wir dann nochmal abspeichern. Kommen wir denn jetzt... Nee, ich glaub hier... Doch hier oben. Ja. Brumm. Ach Gott. Hello. Was? Julle? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist cool. Julle. Ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht's. Kann er ja mal einfach sterben oder so. Oh, hat er auch noch sechs Pokémon. Ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, wenn ich mich für die Pokémon-Liga aufwärmen kann. Dave ist tot. Okay, doch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was gut gegen Boden-Pokémon ist. Wow. Auf jeden Fall können wir gleich wieder zurück ins Pokémon-Center. Nee. Über dieses Fetzelchen, was da rüber bleibt, ne? Ähm. So. Was hast du denn noch? Ein O-Weib. Das kann man, glaube ich, gut anzünden. Jo. O-Weib ist, glaube ich, Pflanze, oder? Ich weiß es gar nicht. Woll-Nona. Was ist denn Woll-Luna? Das kenne ich auch irgendwo her, oder? Ich habe es... Woll-Nona habe ich immer Woll-Luna ausgesprochen. Äh. Das ist Feuer. Da könnte man vielleicht den Alex reinschicken. Äh. Äh. Und den Blizzard benutzen. Was? Äh. Das ist Eis. Der Mama als Surfer. Ich dachte, Woll-Nona ist was... äh... Wasser. Woll-Nona wäre Feuer. Und da dachte ich eigentlich, dass das dann voll abgeht mit Eis und so, aber... Nun. Austoss. Kann man, glaube ich, einfrieren, oder? Also jedenfalls, was schon irgendwie Wasser ist, friert eigentlich ganz gut. Gut. Dann nehmen wir Erdbeben. Das ist auch nicht so geil. Einmal mach Woll-Nona-Attacke. Wenn das jetzt nix bringt hier, schnapper! Ach, das ist wieder was, was mehrmals angreift. Stopp! Nein! Ach! Dann kommt die Chen dran. Mach du mal hier irgendwas mit dem Psychstrahl, bitte! Dich! Stopp! Ich wollte es einschläfern und dann gucken, was passiert, wenn ich dieses Sonnending da solarteilnehm. So, wer kommt jetzt? Kadabra. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier gut ist. Bitte! Jo! Nee! Aber nicht voll. Okay. Ach, was brennt! Oh! Auto! So, jetzt ist aber mal gut, ne? Blitzer! Ja! Und zwar möchte ich gerne den Alex reinholen. Und dann macht ihr jetzt hier mal bitte Radau mit Erdbeben. Nice! Sehr schön! Oh! Und auch noch Level 45 erreicht! Und Level 46 erreicht! Flammenwurf! Moment! Moment! Ja! Ja! Äh! Was hat denn Glut? Glut? Also das hat 95. Also das hat 95. Glut hat 40. Und wie viel hat Schlitzer? Schlitzer ist eigentlich ganz gut. Schlitzer... 70. Dann mach mal Glut! Nice! Yay! Was?! Ich war zuvor unvorsichtig! Das war ein gutes Auflärm-Training! Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet! Vor allem weil du gegen mich verloren hast! Jule! Auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren! Ich glaube du bist dir dessen bewusst! Bis dann! Ne 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 ne! So! Ähm. Und dann gehen wir zurück! Ins Pokémon-Center! Ah! Ich glaube das wird nichts! Ich könnte natürlich gegen die Top 4! in mein schlaues Büchlein gucken. Was da gegen welche Pokémon gut ist. Aber ich hab das jetzt schon die ganze Zeit nicht gemacht. Dann will ich das nicht da auch noch. Also dann will ich das nicht da mit anfangen. Deutsch. Oh, du trägst den Felsorden. Dann darfst du weiter gehen. Gut. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, du darfst passieren. Böse Musik. Ach stimmt, ich wollte abspeichern. Ja. 31 Stunden schon. Ich weiß gar nicht, ob man zurückgehen kann, während man die besiegt. Oder ob man alle vier hintereinander besiegen muss. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, du darfst passieren. Muss ich auch noch alles absuchen, ne? Oh. Das ist ganz merkwürdig alles aufgebaut. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden besitzt. Wunderbar, du trägst den Farborden. Jetzt muss ich auch noch durch das Wasser durch, ey. Grüßt Schurroff. Äh, ne. Alex. Ich hoffe mal, hier sind keine Zwischenkämpfe. Das wäre nämlich total doof. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Okay, du darfst passieren. Was ist denn hier? Es mag mich. Nein. Nein, nicht da hochgehen. Okay, es war nur dieser Äther. Äh. Pokémon. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Sumpforden besitzt. Ich hoffe, da ist irgendwo nochmal was, wo man... Äh. Wo man... sich aufladen kann, dass ich niemals zurück muss. Das wäre voll ätzend. Äh. Was haben wir jetzt? Devil. 41. Nee. Dankeschön. Ähm. Ist hier auch noch was in dem Gebüsch? Nee. Ähm. Gut. Dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss. del... Tschüss. wom Das ist mir auf einmal. �